Also, Sie haben bestimmt vor Zeit, oder? Darf man so etwas fragen? Ich will nicht nur mal machen, wollen wir auch nicht verraten. Wie viele Nachrichten hatten Sie dann pro Konzept hinterher auch gefunden? Ja, es waren schon sehr viele Freunde, also eigentlich schon von zwei Jahren unterstützt, die wir da geschrieben haben, aber man freut sich dann einfach das nicht. Auf jeden Fall. Die ganze Mannschaft hat sich gefreut. Ich glaube, das ganze Land hat sich für euch gefreut, weil es einfach so eine Glanzleistung war, die er dort hingegen gelegt hat. Jetzt gibt es ja endlich auch mal hier so eine Idee für Gürtel mit dem EG Neander. Was nehmt ihr euch da früher? Wie bereitet man sich darüber vor? Ich glaube, bis dahin ist es jetzt noch eine ganze Zeit, bis wir das Spiel haben, aber ich glaube, ich verbreitete mich da nicht bloß anders sein wie bei den anderen Spielen auch. Aber unser Ziel ist natürlich auch, der Start zu gewinnen. Ich glaube, das Spielraum zu machen, ich weiß gar nicht genau. Aber ganz klar, da habe ich es. Also, ich frage euch auf jeden Fall, dass ihr heute alle da seid. Und wir haben es vorhin versprochen, wir haben ein Trikot zu Verlosen. Orientalbum ist noch nicht gewonnen. Als ob идst du auf jeden Fall hier noch fünf und mit zumador Pros, dann wollen wirisischnack re dementia. Und wir haben uns Nieder crouch noch basiert und ich freue mich doch so ein pflichtiger blödsinn. Vielen Dank.